Um die Ergebnisse deines aufgenommenen Interviewvideos anzuschauen, gehe in deinem Dashboard auf meine Videoaufnahmen. Hier siehst du dein Eigenschaftsprofil. Im Personality Fit kannst du dich über die einzelnen Attribute informieren, indem du mit der Maus darüber fährst. Auch bei den Big Five erhältst du detaillierte Erläuterungen der einzelnen Attribute. Klicke auf mehr erfahren oder fahre mit der Maus über die einzelnen Eigenschaften. Wenn du weiter nach unten scrollst, findest du die Auswertung der Emotionen in deiner Sprache. Wie auch zuvor kannst du hier mehr Informationen im Tooltip erhalten oder einfach auf dem Fragezeichen. Zuletzt findest du noch deine Verhaltens- und Motivationsanalyse. Auch hier findest du interessante Erläuterungen unter dem Button mehr erfahren oder bei jeder einzelnen Eigenschaft. Du hast auch die Möglichkeit, dein Video mit dem Sollprofil deiner Position oder einem anderen Video von dir zu vergleichen. Hier siehst du genau, welches deiner Videos am besten abgeschnitten hat und welches zu deinem Sollprofil am besten passt. Wir hoffen, dieses Video konnte dir noch offene Fragen beantworten und wir würden uns sehr über dein Feedback freuen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.